Bei uns glaube ich so, dass der Eberis ein Gott ist. Wenn wir arm sind, arbeiten dort, erlaubt er. Wenn noch genug Geld geht, noch geht weiter, dann wird er nichts erlaubt. Wir haben darüber gesprochen, wie man einen Film über seine Kindheit drehen könnte. Dann sind wir auch zu ihm nach Hause gegangen. In einem Zimmer haben sie geschlafen. Ich habe mir das irgendwie nicht zusammenräumen können, bevor ich nicht da oben war. Er lebt nicht nur im Dorf, er ist nach Westen gegangen. Hier, ich mache alles so wie mein Haus. Alles. Wirklichkeit, alles neu. Korken, Küche und ... Dass er nicht in die Schule gehen durfte, weil der Großvater wollte, dass er für ihn arbeitet. Das hat er mir immer wieder erzählt. Ja, er hat mir ganz viel gezeigt von Nepal, vom Kathmandu-Tal. Ich habe eine Familie zu Hause, und deswegen habe ich wieder angefangen an Eberis. Ich habe mich seit ihmelas. Jetzt ah, bei uns selbst immer wieder aberезut Hadniej IN principio. Wirklichkeit und hat nicht immer wiederŞig auf unsere Deckung auf gesehen Das erste